Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November bringt viel Angst und Schrecken im späten Mittelalter mit sich. Deswegen wird ein Totenfest gefeiert, zu Ehren der Geister. Mama, ich hab Angst! Gott steh uns bei! Es gibt keine Geister! Heute wird der Brauch immer noch übernommen. Doch eher als Spaß, in dem kleine Kinder sich verkleiden, durch die Straßen ziehen und nach Süßigkeiten fragen. Boah, ich hab so ein tolles Kostüm. Damit werde ich alle erschrecken und den ersten Preis gewinnen. Was ist das? Hilfe! Hihihi, wo ist er denn jetzt? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020